Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together auf dem Damakash-Server mit Chris Reiter. Ja, hallo, recht herzlich willkommen, Knolle. Jo, hallo. Der Himmel ist blau, Sonnenscheinend. Ja, Tag ist. Was wollen wir mehr? So, wir gehen hoch und gucken zu, dass wir weiterbauen da, wo wir aufgehört haben. Ich habe letztes Mal, glaube ich, noch so einen Stein hier an der Außenwand gepoppt und wollte da einen weiteren Treppenaufgang machen. Damit ich hier die Mauer weiterbauen kann, dann. Gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Mühlmaus. Mühlmaus, oh Gott. Mühlmaus. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war gerade nicht so der Bringer mit Mühlmaus. Okay. So, bin ich schon auf der passenden Höhe mit dem Fenster? Bist du da unten irgendwo? Nee, ne? Ich bin ganz unten. Ist das Fenster da? Ja, das siehst du von da, ne? Kannst du mal gucken, ist das Fenster der passende Höhe? Dann runter, wenn ich... Nee, passt. Passt, ne? Dann geht schon einen weiter rein, ne? Ja. So, dann dahin, dahin. Und... Der nächste muss einen hoch, ne? Also dieses ist schon jetzt ein weiter rein, ne? So ist richtig, oder? Ja, müsste sein. Wenn jetzt noch einer... Ja, das passt dann. Passt so? Ja, das kannst du doch sehen, ob das eckig zuläuft oben. Ich habe jetzt nicht so richtig den Überblick von da. Ach so, da kommt vielleicht wieder ein Fenster hin? Nee, da machen wir kein Fenster hin. So ist es richtig, auf jeden Fall, ne? So, von dem, was ich gesehen habe, war es richtig. Gut, okay. 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 Gut, wenn das so richtig ist, dann müssten wir hier jetzt einfach weiter zubauen. Hm. Das heißt, da muss ein Erdteil hin. Und ich schaffe mich das auch ohne abzustürzen, ja. Ja. Über ein Fenster ist dann schon wieder der tiefste Punkt ja eigentlich auch erreicht, oder? Was tue ich mich da jetzt? Nee. Hm. Nee, du musst... ... da jetzt ein Steinchen drauf, glaube ich. Ich gehe hier hin und setze da dann ein hin, ne? Na, der war natürlich falsch, aber ist jetzt auch erstmal egal. So. So, jetzt müsste das passend sein. Das heißt, ich muss da jetzt einen Erdklumpen hinsetzen? Ja, da müssen wir da jetzt mal runterfallen, in Anführungsstrichen. So. So. Komme ich da jetzt hin? Gute Frage, ne? Also, ich bin bald irgendwann fertig. Womit? Mit dem Aushöhlen. Na super. Okay. Das sieht da oben gut aus, ne? So muss es sein. Das ist... ... nicht das Spannendste, was ich hier gerade mache. Okay. Das würde bedeuten, da muss einer hin. Weil wer was Schönes haben will, muss da... Da muss auch einer hin. Dann da einen hin und da einen hin und da einen hin und da einen hin. Dann bedeutet das da einen hin und hier einen hin. So. So, ich bin gleich fertig. Ausfüllen. Warte mal, unten sollte Holz oder Stein hin? Das muss man nicht machen, da. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie wir das handhaben wollen. Der ist schon wieder falsch, super. Gut. Irgendwie klappt das hier nicht so ganz. Irgendwie leckt das gerade bei mir. Voll doof. Ne, ich kann mich nicht beschweren. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft! Alles zugebaut, oder was? Nicht so gebaut, aber... So gebaut, dass... Okay. Ähm... Ja, heißt... Ich hab's so gebaut, dass... Kein... Problem entsteht, oder was? Ne, dass kein... Dass die Ebene fertig ist. Okay. Jetzt stopfe ich hier gerade noch die Löcher, die hier noch sind. Mhm. Wo unten ist es ganz schön dunkel in der Kathedrale. Okay, müssen wir da Licht anmachen. Fackel. So, das ist zu. Okay, ich weiß nicht, ohne Schei, das vielleicht hält. Kann doch daran liegen, dass es gerade Nacht wird, oder? Oder? Nee, das ist halt... Das helllichter Tag, das sieht nur so dunkel aus. Also, es ist total blöd am Lecken bei mir, aber ich mach's jetzt mal, die Folge war durch. So. Ich glaube, da muss auch einer drunter. Aber der falsche. Okay. Sind hier noch irgendwelche... Löcher zu stopfen? Glaube, ich hab jetzt alles. Ja, na, wann sind noch welche, aber... Ähm... Nee, wir haben hier noch einen Stein. So, da muss einer hin. Kann ich da hinlaufen? Da muss einer hin. Ah, wieder einer zu viel. Super, ey. Ach so, da gibt's gar nichts. Dann muss... Auf jeden Fall da noch einer hin. Weiß mal, ich kommst bis zu der Boden hin, ne? Da muss ich das ja gar nicht abbauen. Ich glaube, das hab ich jetzt richtig gemacht. So, aber jetzt musst du euch mal langsam entscheiden. Mit dem Boden. Hatten wir nicht vor, irgendwelche andersfarbigen... ...Steine... ...Steine da hinzusetzen, irgendwie? Ich weiß es nicht mehr. So. Ich glaube, ich mach mal so. Und dann kommt, glaube ich, da einer hin. Ich glaube, wenn ich jetzt runtervolle, bin ich tot von der Höhe. Dann fahr halt nicht runter. Ja. Du stirbst auch nicht. Also... Das ist ganz einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt hier bauen muss. Irgendwie sieht's grad eigenartig aus. Guck mal, ich... ...glaub, das ist richtig. Der muss weg. Dann müsste da einer hin, wenn's denn dann geht. Gucken wir mal, geht. Also ich bin dafür, dass wir die obere Etage erstmal ein bisschen abreißen, um Holz zu kriegen. Okay. Aua. War ja klar, dass ich einen davor runterfalle. Okay. Ich nehme mich den nur für Dreck. Das sieht keiner. Ach, ich brauche eh nur sechs und nicht acht. Weil Mathe mein Lieblingsfach ist. Mhm. Da krieg ich mal direkt drei Türen raus. Warte mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Wo ist diese Tür? So, da muss jetzt noch Erde hin. Und da Steine. So, es wird dunkel und ich glaube, ich komme mal runter. Guck das Ganze dann gleich von unten an. So, wir haben jetzt vollständige Türen. Ja. Und was soll unten jetzt für einen Stein rein? Mhm. Ich bin mal gerade auf dem Weg. Ja, lass uns gerade mal pennen, oder? Ja. Ja, und ich glaube, es hat keinen Sinn. Die Folge müssen wir gerade unterbrechen. Ich muss meinen Rechner irgendwie in Ordnung bringen, weil es leckt ohne Ende bei mir. Ich weiß nicht, warum. Kann ich ins Bett? Doch, jetzt. Biss im Bett, gut, okay. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Folge hier gerade zu Ende sein und in der nächsten Folge seht ihr uns dann wieder, oder? In der nächsten Folge? Ja, es ist ja schon ziemlich lange sogar. Elf Minuten. Ja, das ist schon ganz gut. Ach, hier ist das Schild, wovon du sprachst, oder was? Jep. Ganz schön eindrucksvoll, super, okay. Gut, ja, sieht auch stark aus. Okay, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ich bin überfordert. Die Folge war zu kurz. Die Folge war zu kurz, er ist überfordert. Ich bin noch im Scheißelaber-Honus. Okay, dann was wollen wir tun? Ja, herzlich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020